Ohhhhhhhhhhhhhh Da war ich gleich einmal, und da hinten auch gleich einmal. Fertigungen, yes, 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 yes. Jetzt kann man schon langsam der Sache näher. Verkaufen oder zerlegen, das ist eh die Frage. Kann ich vielleicht auch irgendwas Neues einkaufen? Das wäre auch interessant. Sahidis Truck pfeift aus dem letzten Loch. Ich würde mal sagen, ich rede einmal mit dir. Der Dock muss mit uns. Outrider, was kann ich für dich tun? Ahhhh. Zeig mal her. Wie viel kostet das so ungefähr? Jetzt den Gegenstand nehmen. Als man sie alle vertrieben hat. Seltenheit verbessern. Oh. Das töppert. Oh, okay. Splittern wir auch nicht. Das muss faszinierend sein, Outrider. in der Zukunft aufzuwachen. Bist du töppert? Stufenaufstieg? Bist du nackig? Schaut mal ein bisschen hier schlecht aus. Ja. Schaut mal ein bisschen hier schlecht aus. Fuuuck. Die Anomalie. Kannst du sie erklären? Regen. Meistens regnet's. Ich habe Theorien. Aber die wissenschaftliche Methode erfordert Beobachtung, Hypothese, Experiment und schließlich Gutachten. Das Problem ist, es gibt keine Gutachter mehr. Das Problem ist, es gibt keine Gutachten. Das Problem ist, es gibt keine Gutachten, die wir im Hyperraum schliefen. Irgendetwas passiert. Etwas hat den Planeten verändert. Aber nur was? Was ist, Dr. Saidi? Vorsicht! Das ist der allerletzte Satellitenablink auf Enoch. Mit dem G-Anschluss und W-Lan-Anschluss. Maschla. Woher wusstest du von ihm? Mein Vater. Ich habe in seinen Notizen einen Hinweis gefunden. Nach der Landung hat er hier nach einem Signal gesucht. Lange vor uns. Er hat als erste Expeditionen entsandt. Damals war ich noch ein Kind. Du bist als Kind nach Enoch gekommen? Mhm. An Bord der Flores gab's nicht viele Kinder. Mein Vater hatte aufgrund seiner Stellung das Privileg, seine Familie mitnehmen zu dürfen. Hm. Ich hab mich gefragt. Könnten noch andere Outriders im Kälteschlaf sein? Tja, schon möglich. Jane und ich hatten nicht erwartet, auf dein Team zu stoßen. Und da die Rebellen näher rückten, hatten wir keine Zeit, nach anderen zu suchen. Ich muss dir ja nicht sagen, wie gefährlich die First City ist, aber ich würde gerne als erster erfahren, was du findest. Safe? Ich bin auch gespannt. Ich seh mich mal um. Safe? Andere überlebende Outriders findest. Wäre unsere Mission nicht ganz so hoffentlich zu sein? Ich bin selbst eigentlich gespannt. Die Kapsel, in die ich dich gefunden habe, war in einem alten Labor beim Fluss. Dort solltest du zuerst suchen. Okay, jetzt bin ich übergespannt. Ah, Tagebuch. Zeig mal her. Oder Mission? Ah, okay. Endlos, nicht unklapp. Passt. Let's go. Ah, komisch. Jetzt will ich es mir anzeigen, oder? Verstehe ich auch nicht. Ah, Sternenthal ist dann wieder was anderes. Sternenthal ist dann wieder was anderes. Aber trotzdem komisch. Will ich es mir anzeigen, oder will der nicht? Ich will dann erstmal auch. Erstmal Abwand. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und da machen wir mal den Rest. So. Da muss doch mal der ein oder andere Meier gehen. Ja, ja, ja. Der will sich schon schützen, der Hund. Ist das eine kleine Wichsgeburt, oder? Nein, das geht aber nicht. Oh, yes. Einmal hier. Wot, 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 wot. Ah, du scheiß Arschloch, du. Den hätte ich Sushi gekriegt. Den hätte ich Sushi gekriegt, oder? Geht's dir nicht aus, oder? Geht's dir ums Arschlecken, oder? Oder? Nein. Genau, nein. Wow. Das ist richtig Arsch. Das ist dumm. Einmal, zweimal. Das muss ich ausnutzen. Damit ich wenigstens so Püdel erleben, mehr. Oha, oha. Aber gute Kombination. Respekt. Aber oha, Bruder. Gönn doch mal. Andere Waffen müssen wir ja auch nutzen, oder? Aber scheiß auf die andere Waffe. Scheiß auf die andere Waffe. Mach's Allah. Du scheiß Wichser, du. Komm hier da. Komm hier anbrennen. So, da. Oh, ist schon wieder normal geworden. Scheiß, die Wander. Aber doch, Gott, Alter. Kann schon wieder flexen. Alter. Wer macht denn da so viel Schaden, Alter? Das gibt's ja nicht. Wie viel Schaden mache ich eigentlich mit derer jetzt? Ah, mit derer machen wir trotzdem noch immer genug. Ich muss weiter. Wie ist so teper, oder? Bruder. Wo, 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 wo ich geht jetzt ab? Was geht denn da jetzt ab, Alter? Einmal, zweimal Und gebe er noch, Alter Es gibt's ja nicht Die gehen überhaupt nicht mehr Eeeh Habt ihr schon gesehen, oder? Habt ihr schon gesehen? Und Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm Geh, 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 dauert halt noch ein bisschen Ey, versteckt man sich immer so schön brav Das sind Arschlöcher Der Scharfschütze, der muss kriegen, Alter Der muss kriegen, Alter Das ist ja so verpissen, der Scharfschütze geht mir so dermaßen am Arsch Der hat mir, der hat mir eigentlich hauptsächlich eigentlich mehr gemacht Sehr schön, sehr schön Oh, oh, Alter, das kleine Stickerl Oh, Alter Das kleine Stickerl hätte er schon gönnen können Meiner Meinung nach Das kleine Stickerl ist ja nix Weißt du was? Mach mal lieber den hier Mach mal lieber den hier, wir sind zweimal schon wieder gefickt Boah Du Hund Von da hinten, Alter, fick dich Von da hinten, Alter Von da hinten, die geh ja gar nicht mal mehr dran Boah Boah Die können jetzt Gas geben Die können jetzt wirklich Gas geben Schön, schön, schön Gehe sogar noch ein bisschen weiter Viere Dem triefe ich Ja, mach mich eben schnell Mach mich eben schnell Ob ich triefe ich irgendwen noch zusätzliches Boah, das wär's Bin ich dann noch mal Boah, das wär geil Alter Er trifft ja gar nix mehr Man muss aber auch dazu sagen Sie sind jetzt aber auch schon Drei Stufen höher als wie ich Also wir machen es Aber auch nicht gerade ganz einfach Ich meine ja nur Wir machen es definitiv nicht einfach Ah, schon wieder bei der Seite da, gell Naja, denke ich mir Jetzt hab ich mich gerade erst erholt Von der ganzen Sache Ui, 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 ui Scharfschützer Scharfschützer, aufpassen Haben wir schon da auch gehabt Ja, Gott sei Dank Der Scharfschütze ist brutal Der Scharfschütze ist brutal Hörst du schon wieder so geil an Das hört sich so falsch an auch Immer wieder ein klein Stückchen Aber der Scharfschütze ist jetzt das Problem Alter, ich kann nicht einmal geschaut ausweichen Ja, ja, ja Passt, passt, passt Sehr gut, sehr gut Ach du verbrunstes Arschloch Den hole ich mir jetzt, oder Den hole ich mir jetzt, den Huren Oh, geh, wir mal Der dauerfeuer Malzbier, hallo Da kann aber einer scheißen geh, Alter Da kann aber einer scheißen geh, Alter Wah Schee geben Schee geben Klick ja, ob da der Duhund Dass wir jetzt nicht mehr gegangen sind Geht sich fix nicht aus Das war eh klar Geht sich Immerhin, immerhin, immerhin Hat schon wieder irgendwo hingehüttert, der Havara Einmal, zweimal Alter, dann habe ich nicht einmal etwas Besseres gekriegt Wieso kriege ich nicht einmal etwas Besseres, Alter Das ist halt ein überpoweredes Fuck, Alter Und ich bin einfach nur eine mickrige Witzfigur Hi Warte, 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 warte Warte, 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 warte Warte einmal auf mich Passt, Gott sei Dank Bitte nicht nächste Weltstufe, na danke Aber ich habe eh brav eingesammelt, gell Ja, hoffe ich mal zumindest Aber weißt du was, ich schau mal das einmal ganz kurz an Statt die, gell Doppelläufige mal wieder Hm, hm Ah, ist schon definitiv nicht falsch Definitiv nicht Ich würde mal sagen Einmal, zweimal Nein, muss ich aber schon gescheit draufdrücken Sonst würde ich es nicht So, wenn ich so ein bisschen so einen leichten Tipperer mache Nimmt man der das nicht weg Keine mehr Wenn es mir jetzt zu wenig auszeigt hätte Ich hätte die auch gezeigt Ah, nein, 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 hier Hosen Fick dich Ui, und Brandbombe sogar Maschala Die Rüstung ist sogar noch verstärkt Nice 31 Stück Da kommt schon was zusammen Da kommt schon was zusammen Na gut Ich würde sagen, let's go Also da Sollte es eigentlich eh gar nichts geben Sollte Sollte gar nichts geben, gell Also Wollen wir ihnen nichts verschreien Kommt sicher irgendwas gleich Kann es vielleicht jetzt sein? Oder? Ne, 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 ne Haben wir schon da auch gehabt Wegen dem einen Gebäude da Mal doch, ob es da vielleicht irgendwas gibt Eine Mission Oh, da wird schon Da wird sicher Ganz bestimmt Da wieder kommen Okay Nein, nein Ist jetzt Nicht so meins Nehme ich lieber die Waffen Die taktbar mehr Wo ist der Widerstand Oder fick dich mit dem Widerstand Ja, sehr gut Sehr gut Wo ist der Nächste Alter, komm, zeig dich Die, zeig dich Der Latte eh schon noch Der Latte eh schon Der Orme Okay Das hätte mich schon wieder Meier machen können Es hätte mich schon Okay Der wirkt ein bisschen Groß auf mich Okay Na doch nicht Okay Irgendeiner Ist brav explodiert Folgt mir Folgt mir Lebensentzug Bitch Da wollen sie noch ein paar Wiesen Da wollen sie noch ein paar Wiesen Wenn ich nicht aufpasse Bin ich schneller hier Als was ich hier haben kann Nur mal in der Nähe herumgeschossen Nur mal in der Nähe Es ist schon fein Nur in der Nähe herumgeschossen Boah, das wär's gewesen, oder? Wenn wir den mitgenommen hätten Ja Ja, da ist einer mehr gegangen Sehr schön Äh Wie wegt dich bloß nicht, Hoverer Ha Ah Ah Wer will, wer mag Wer hat noch nichts Da kann gleich der nächste Auch noch dazu kommen Damit wir es gleich erledigt haben Ich brauchst dir nicht Extra in Deckung gehen, Digi Ich brauchst dir nicht Extra in Deckung gehen Der orme Buh Geht extra in Deckung Damit das seiner Scheiß Deckung rauskommt Es könnte ja sein, dass hier noch einer kommt Das wär's, Alter Kommt einer hinten rüber, dann geht mehr Aber jetzt Ja, das wär ich ja Es dauert noch Es dauert noch Ui Ui Gib ihm, gib ihm, gib ihm Sehr schön Dexplot Der Schierster Schierster der unnötige Huren, Alter Die ganze Zeit Das gibt's ja nicht Ha So ein Scheiß Wichser, Alter So ein Scheiß Wichser Jetzt hab ich ihn Jetzt hab ich ihn Dafür wieder noch einen Einen Ganzer noch schicken Muss ich ausnutzen Muss ich ausnutzen Er geht nicht mehr Er geht nicht mehr Er geht nicht mehr Scheiße Na, immerhin Oh Oh Shit Das hab ich mir irgendwie anders erwartet Das hab ich mir ein bisschen anders erwartet Aber ist ja wurscht Oh Okay Okay Trossant Trossant Ich hätte mir jetzt nicht gedacht Ich hab, dass ich jetzt Alle Wiedermeier machen muss Aber okay Ja, vielleicht durch den Weltenrad Stufenaufstieg Stufenaufstieg ist ja schon fast da Machschallah Dann werden wir gleich umso mehr gefickter wieder Von den anderen Ja, passt perfekt Okay, keiner hat was liegen gelassen Ich hab mir schon Tag gehabt, da hat er was liegen gelassen Das wäre schon was Feines Nicht ganz Nicht ganz, aber Nicht ganz Na, na Also da ist er Irgendwo geht es schon her Ist da war er Wo bist du denn? Lauf dir, gelauf Ah, sehr gut Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut Eeeh, nicht weg gelaufen Hauwaga Nicht weg gelaufen Ha, bin wohl immer klar Oh, komm Scheiß auf nachladen, Leute Scheiß auf nachladen Nachladen wird überbewertet Gott bei mir Der, was gesagt hat Regel Nummer 1 Gleich nachladen Okay, wird überbewertet Alles klar Widerspricht sich die ganze Zeit Maschallah Wie der Psymax Der nächste Psymax Na super Wird gleich abgestempelt Ob nun einmal Die 1000 Abonnenten Da wird schon abgestempelt Passt, perfekt Ja Schaut schon Schaut's mies aus Ha Was hat der vor? Was hat der vorgehabt? Ich glaube, der wollte einfach nur einmal hallo sein Ah, sehr gut Irgendwo Da oben, gell Ah, da oben ist er Oh, schön Kommen sie, kommen sie, klei ober, klei ober, b Wieso kann ich nicht durchschießen, das ist so geil Oder wenn ich durchschießen könnte Mh-hmm 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 nicht schon wieder ich hätte ihm fast gehabt nicht schon wieder aber muss ja nicht sein oder muss ja nicht sein neuer kopf okay der schützt schon mal ordentlich da neuer schuhe vielleicht immerhin ein bisschen mehr bums haben wir meine güte aber dennoch wieder ganz anders aus trotzdem trotzdem was aber doch ein bisschen was anderes erwartet aber noch gut dass wir sie jetzt schon schockt werden ich hätte mir fix doch kaputt haben wir fix doch kaputt haben ja ich glaube immer auf welten rang fünf gewesen wären dann jetzt schon wieder anders aus geschaut glaube ich zumindest einfach lieber den hier mal alle fälle auch wenn die jetzt gleich miete explodieren man weiß ja nie man weiß ja nie was sehr gut sehr gut sehr gut ich brenne heute ich brenne heute auf einmal ich bin gerade einmal aus der deckung ausse sie ist schon alles los ich bin jetzt alle da auf das andere schlöcher wollen sie zahlre auslösen gehen wir mal wieder. Da sind mal ein paar Sackhaare wachsen. Aber bevor es gegen mich auch drehen darf. Unbedingt auf. Schaut schon wieder ganz anders aus. Ja, next. Sehr gut. Alter, ich brenne gleich instant vorne, wenn der mich erwischt. Puh. หน深, genau. rumsch, 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 rumsch. Ja, das ist wirklich gut. Ja. Klar. Kom, 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 kom. Kom, kom. Kam. wir nicht noch mal mehr gehen kuchen muss nicht unbedingt noch mal mehr gehen oder bevor sie jetzt den kröße der meyer gemacht hat mit seine feuerkräfte ich will da gern durchlaufen in den wischig passt sehr gut ja 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 kopf meyer tschüss wieder was machen wir doch wieder was zum sammeln das wäre es gewesen ich hoffe dass es jetzt nur der billigtruppe ist aber selbst der billigtruppe kann mich mehr machen war weiß ich wie viel glück jetzt dahinter war du fehlter hat leider hätte es schon wieder fast geschafft du fehlter und leute boom 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 ja nice so die soll immer noch schnell wir machen mal den wir können mir über den kopf geschossen sind es hat sich wieder aus ja 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 sehr gut sehr gut sehr gut so jetzt bist du noch du dran und tschüss zeig einfach kopf und fick dich hab das schon so schnell geschwitzt jetzt so dass ich das schauf oder nee jetzt lass ich mich nicht bekämpfen ach ich muss doch anscheinend wieder oben interessant vielleicht der eine raum da bei der seite oder kann es vielleicht möglich sein hätte eigentlich gleich eine teleportation machen können ok ich hab ja nichts sagen wollen ok na warte 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 erst mal 500 sogar respekt 500 und der ist da ich muss tauschen dann schaut es dann schon wieder schwäche aus fähigkeiten haben wir eh nichts neues außer bei 13 dann das ganze interessant werden rüstungsdurchschlag von asche betroffenen gegen die fassung der durchschlag ist mir wichtiger und dann wieder wieder 10 na gut laio ich würde sagen haut rein bis zur nächsten folge und tschau